Haube, pass. Boah, wie heißt die Pappe nochmal? Havanna? Das wird schön. Havanna, ja. Wie ne Zigarre. Jetzt gibt's verdammt wenig, äh... Ah, geht's los? Ja, klar! No, Gravity is dead. Hast du dich gerade echt gekillt, bevor die Runde losgegangen ist? Oh, Mann, Mann. Hey, Felix. Wie klingt man das denn hin? Jungs, ich find kein Prop. Er hätte denn denken können, dass dann... Ja, keine Ahnung... Felix hat Propizid begangen. Er ist vom Dach gesprungen. Hammer, ich bin festgepackt. Ich hab meine, mal wieder, keine Ahnung, Metallische... Die Map ist so scheiße groß. Ohne Witz. Ich bin festgepackt. Aber ihr habt ja alle... Ah, hab ich's da gesehen! Zack, jetzt schon. Ich bin festgepackt. Schade. Ich hab drei Leute vorbeigelaufen. Das wär was gewesen. Nee, ich hab dich gesehen und hätte mich noch umgewinnt. Ah, aber eine halbe Sekunde zu spät, weil hier stehen überall zwei Fässer und dort, wo ich mich hinstellen wollte, stand nur eines. Was? Was ist von mir gerade? Oh, Nils, das war mein Platz. Ganz ehrlich, bewegst dich auch noch ein Stück. Ja, ich wollte das so tun, als ob. Ich wollte mich end-zu-end spacken, aber es geht mir. Das wird ne schnelle Runde. Was ist bei dir los? Ich bin festgepackt. Oh, scheiße. Dann haben wir die Runde verloren, oder wie? Was? Weil ich so mega offensichtlich festgepackt bin. Niko ist unsere letzte Hoffnung. Ja, ich bin auch nur... Warte, 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 warte. Halten wir das mal kurz fest. Der eine springt irgendwo runter und bricht sich durchs Genick. Der andere ist noch ab bei Stecksuche, während's losgeht. Und Blacky ist einfach nur schlecht. Einer wird sofort gefunden und der letzte, der hat sich festgepackt. Also, ich finde, dass wir richtig gute Chancen haben. Wir sind das Dreamteam schlechthin. Wir sind dafür eher tauntet jetzt mal. Wie schön. Wie ist der Schrank bewegt? Hast du den Schrank noch gesehen, den anderen? Oh, jetzt fang. Ich lebe! Ich lebe! Laut! Ah, was? Ja, komm ich bitte. Aber Alter, warum hat sich der Schrank auf einmal bewegt und gedreht? Geisterschrank an. Was ging denn da ab? Renn, Schrank, der aus Faulist gemacht ist. Renn. Ja, als Trommerteile kann man sich nicht verstecken. Ne, gibt's überhaupt keine Props, was soll denn der Schrank? Ich hab' echt sehr wenig Props. Doch, ich hab' einmal gefunden. Ja. Ja, super. Mach das bloß nicht. Nicht einmal neigen dazu, irgendwo runterzuhüpfen und sich das Genick zu brechen. Du meinst wohl den Henkel zu brechen. Ja, den Henkel zu brechen. Den Henkel. Ja, ne. Sie wären dadurch undicht. Was soll denn der Scheiß? Und jetzt hab' ich was gefunden, jetzt gibt's den Versteck. Der Heimer hat eine Herzfraktur. Wir müssen gerne zu nehmen. Ja, hier ist es halt nicht ganz so einfach wie auf anderen Maps, Peppy. Du musst halt ein bisschen, ne? Die Maps suck. Ja, ich kann jeden Moment bei einem von euch reinrennen. Stress nicht, wir haben auch schnell verloren. Jetzt seid ihr dran. Schnell zu verlieren hat Hübels getan. Toll. Fuck, mein, ich will kein scheiß Prop, ey. Ich bin so tot. Vielleicht sterb' ich als letztes. Vielleicht sterb' ich als erstes. Ich hab' nur so'n Riesending. Ja, das hab' ich auch. Ja, das Problem hab' ich auch. Ja, toll. Dankeschön. Jetzt beschwer' euch nicht. Es ist ja Kubi, weißt du, mit so'n Riesendingen muss man halt gleich kommen. Ja, das Riesendingen, das ist nicht so leicht zu verbergen dann, ne? Das ist, weil es gibt auch so wenig irgendwie, ne? Ja. Es ragt öfters mal um irgendwelche Ecken und so. Ich glaube, ja. Was war das? Ich versuchte vor mir zu fliehen. Ich habe es erschossen. Mit dem Schrei. Es kommt auf mich zu! M-m-m-monster. Oh Mann, oh. Jetzt guck' ich mir mal in Ghost-Phase um, wo man so sinnvoll verraten ist. Da ne schon mal! Der Big Venus war wirklich nice. Nice, nice. Sie hat mir gefallen. Man kann aufs Dach drauf. Wow! Naja, auf dem Pavillon. What the fuck? Ich war auf dem Pavillon und wollte er mal irgendwie eingetört. Blacky, Blacky. Action mit dem Gegenstand, den wir gerade haben. Ah, welchen? Wo bist du hin? Komm, wir sind zusammen. Lass mich mal da durch. Niko? Ja? Niko, bugger am besten wieder fest. Das war ganz toll. Ja, habe ich gerade eben wieder geschafft. Okay. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ihr habt und ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich muss erst noch was finden, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade voll am Arsch. Ich muss wixen. Ich muss wixen. Ich habe gerade gesagt, dass er gerade wixen muss. Jesus, halt mich. So. Perfekt. Jesus, halt mich. Ah, hier gibt's sechs. What the fuck? Okay. Beste. Ich wette. Im Moment ist mindestens einer eine Tonne. Ich mache wieder einen Filmversuch. Mal gucken, ob ich es überlebe. Der ist leider gerade voll geil. Voll sexy. Jungs. Sexy, sexy. Jaaas. Ich finde keinen Platz. Hi. Da kommt mir noch so eine entgegen. Hallo. Scheiße. Scheiße. Lauf. 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 Meine Kameraden. Ich bin gerade einem begegnet. War voll geil. Ich bin so richtig schön davon weggelaufen. Also ich würde sagen, wir waren richtig gut. Okay. Ich bin schon wieder durch Gravitation. Verrecht. Verdient. Ja, ja. Gebt euch mal meinen Platz, weißt? Ich bin an dem einen vorbeigelaufen, der hat mich nicht bemerkt. Echt? Der Kickseiser. Dafür musste ich sterben und Felix auch. Tja. Ja. Ja gut, dann mache ich weniger Feldversuch. Mal schauen. Felix ist blöd, der ist einfach dumm gestorben. Ich glaube, wir können fast sogar ausmachen. Das geht dann aber erst nächste Runde nicht, dass das Hunter Team wieder weckert. Ich glaube, wir können ausmachen, dass wir in dieser Map nicht taunten müssen. Wie wärs? Ist okay, oder? Nein. Nein. Der wird nicht taunten. Also die Runde taunte ich noch, aber das nächste Team, das Props ist dafür, muss nicht taunten. Okay? Ja. Okay. Nee, ich glaube es ist okay, wenn man hier nicht tauntet. Es gibt keine Verstecker einfach. Wie so ein Schlachtfeld. Und rundherum schlagen Granaten ein. Haben sie jetzt alle ihre vier Granaten verbraucht? Genau wie in deinem, oder? Haben sie jetzt alle vier verbraucht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie gerade auf den letzten zwei verbraucht. Okay. Nicht schlecht. Ich glaube, dann sind alle weg. Ich weiß doch, als Darius sich gegen mich getötet hat. Auf euch haben sie doch auch zwei verbraucht, oder? Ja. Na schau, dann sind wir alle weg und ich... Boah, wisst ihr noch die Challenge als Ding? Als mit den beiden Bazookas. Mal willst du mich verarschen? Du bist doch hier irgendwo. Nee, nee, er ist da nicht. Guck da lieber nicht hin. Hier unten ist eine richtig große Stadt. What the fuck? Wo ist eine Stadt? Oh, ich fühle mich dran, wenn man den Frechleiter-Motor fliegt. Oh, lol. Lol, stimmt. Ja, die sieht voll geil aus. Richtig Fredo-Fektion. Hey, Bene, kannst du mich sehen? Wird los, Mann. Ich kann dich und die anderen sehen. Das sieht irgendwie voll cool aus. Diese Test-Tour ist irgendwie komisch. Wir sind ja alle... Warte mal, ich hab noch mal Granaten gemacht. Weißt du was? Ich geh mal. Oh shit. Ne, okay. Okay, geh ich doch nicht. Also Blecky, ich sag dir, wenn einer zu dir kommt. Momentan kommt jeder zu dir. Ja, ich glaub's. Also hier ist eine Patronenhöhle, glaube ich. Das ist Hammer. Ey, wo ist er denn? Die Textur sieht aus. Aber ich glaub nicht, dass das ein Megistand ist. Nein, du bist dann gleich. Oh, Junge. Yes. Ich glaube, er hat gerade seine letzte Granate verbraucht. Jetzt habe ich's gerissen. Mhm. Korrekt. Du hättest dich hinter sie stellen müssen. Ja, genau. Hinter ihr. Ne, ich war immer vorsichtig, ich weiß. Ah. Blecky, vor dir ist keiner, muss ich dir sagen. Gut, so. Dann bleib ich hier. Weißt du, da fehlt mal irgendwie ein Q-Sign. Ja, ich bin hier immer auf der App. Achtung, Blecky. Ich weiß, ich weiß. Sorgefliegen. Ne, ich finde Taunton ist in Ordnung auf der Map. Die ist ziemlich groß, trotzdem. Shit! Obwohl man... Ja, Mann! Oder? Fafässchen. Ah! Ich dachte, vor mir wäre keiner, hast du gesagt. Ja, das war vor 20 Sekunden. Und was war da in der Küche? Was war da in der Küche? Schade, aber auch. Was war in der Küche los? Ja, was war denn da los? Ich war auf der anderen Wandseite, war ich. Ja, und was war's noch? Die steht alle an dieser Scheißmaschine. Ja, keine Ahnung. Echt süße schauen durch die Wand, das war echt klasse. Ich glaube, er lacht sich grad voll einen ab. Meinst du? Bist du dir ganz sicher? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Oh, was war bringen denn? Wird's noch mal überprüfen. Wo soll denn hier ein Scheißverschneiden? Ich werde das noch mein Slow-Mo einspielen, die Stirn. Blacky, lachst du gerade etwa die anderen aus? Nein, er lacht sich nicht aus, er lacht mit ihnen. Er lacht sie an. Oh, standard schon. Ich lache mit denen, obwohl sie schon still sind. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt klappt. Ich bin gespannt, wie das jetzt klappt. Großartig. Ne, einmal gibt's eine nur. Und zwar an beiden Stellen, wo es welche gibt. Hier ist nichts, wie es vorher war. Das bedeutet, alles ist anders. Ja, hier ist die Tür geschlossen. Leider. Hm, wie kommen wir hier raus? Ich hab die Karte drauf. Ich wollte mich gerade bewegen. Ich hab die Karte noch nie gemocht, also in Counter-Strike. Hier in Pop-Onter ist der ganz nice, aber. Ich bin gerade vorbeigelaufen. Hab ich mir gedacht, oh warte, der Stuhl liegt doch da. Ich glaub, da ist der Stuhl. Okay, hier ist keiner. Dort steht einer. Ah nee, es ist einer von uns. Tötet ihn. Das funktioniert so nicht. Immer schön drauf schießen. Nein, nein! Das ist ein Scherz, oder? Hast du ihn erwischt? Hild gravity, yes! Alter, was ist das für eine Map? Oh, die beste. Ohne Scheiß. So groß ist die nicht mal. Ist total beschissen. Wie gesagt, dass das Taunten aus ist, oder? Ja, so wie schaut's aus, Hunter-Team. Lassen wir dem anderen Team die Freiheit nicht zu taunten. Taunten aus, oder? Ja, akzeptiert. Die Noobs, die brauchen wir's nicht. Oh, also ne. Wir nur brauchen wir's. Verdammt! Nice! Was machst du? Da ist doch niemand. Ich finde, wir ziehen jetzt noch, okay, zweieinhalb Minuten ab und dann ist das. Ja? Okay. Ja. Find ich okay so. Diese Karte, man. Diese Karte. Hallo! Hallo! Was ist das hier eigentlich für eine Stadt? Ist das hier, ne? Ja, Havanna. Ja, ne, die Stadt heißt nicht Havanna. Havanna. So heißt die Mähre. Doch, es gibt eine Stadt, die heißt Havanna. Echt jetzt? Havanna. Ja! Havanna! Ja! Ich weiß nicht, welche Spiele das vorkommt, aber in Black Flag zum Beispiel kommt auf jeden Fall Havanna vor. Okay. Havanna! Havanna! Da kommen die guten Zigarren her. Was meinst du, woher der Name kommt? Von den Zigarren, von dem Getränk? Von deiner Mom. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Hey, ich wusste es doch! Was? Du bist gut eingetäuscht, ey. Aber wirklich nicht schlechter. Du solltest dir mal was besseres überlegen. Nur Peppi lebt noch. Ja, Alter. Boah, wie lange das funktioniert hat, ey. Was war's denn, du? Er war ein Fass. Oh. Äh. Alle verkleiden sich als Fässer. Und wo stand er? Äh. Da hinten irgendwo, wenn du den Weg weiter gehst. Hammergeil. Wir standen in zwei anderen Fässern und mich haben schon zwei Leute angeguckt und das weggeschoben und keiner hat's gehellt. Tja, schwach. Jetzt weiß ich auch, warum wir so Schwierigkeiten haben momentan. Inkompetenz? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Inkompetenz. Nein. Ich komme mit Inkompetenz nicht klar, deswegen ignoriere ich sie immer. Also wird's kompliziert. Ich würde sagen, hier ist keiner, aber ich sehe eine Mauer. Ja, ich habe mich als Mauer versteckt. Als Mauerstein in eine Mauer eingefügt. Boah. Bist du... Nein, du bist eine Tür. Das wäre geil, wenn irgendwo... Oh. Das wäre auch geil. Nein, wenn irgendwo so eine Bruchstelle ist in der Mauer und dann liegender Backsteiner... Ja. Wie? Wie? Was kriegst du? Kein endlich, er ist der Letzte. Oh, 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 oh. Ja, ich mein, wenn du ähm... Ja, wenn du... Ja, wenn du... Du fängst aber deinen Satz an, dann... Ja, wenn du... Wenn du... Wenn es in der Wand so ne... Wenn es in der Wand so ne... Wenn es in der Wand so ne... So ne Bruchstelle gäbe und dann liegender Backsteiner rum, dann kann es sich als Backsteiner verkleiden und in die Wand so einfügen. Das wäre geil. Wie so ein Buch im Bücherregal. Ich würde nicht sagen, aber es ist schon so, dass wir ihn grad nicht finden, oder? Ja, es ist ziemlich geil. Es ist genial. Eine Funktion... Ich wette, er ist ein Busch hier unten. ...wenn du als Prop den Gegenstand, den du ähm... Den du halt wirst, dass du den ersetzen könntest, dass der verschwindet und du könntest das durch dessen Platz einnehmen. Ja, das wäre echt geil. Das wäre OP. Nö, warum? Nein! Yes! Was war er? Ein Kochtopf unter einem Tischchen. Gut. Weil das Tischchen hat erst jemand verrückt, also echt schlecht. Ihr habt die ganze Zeit den Tisch verschoben. Das ist schon schiebbar. Das ist kein Prop. Also Felix, nicht runterspringen. Du spät! Wohin denn? Oh, fuck. Oh, ich finde schon wieder kein Prop. Nö, 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 nö. Ich hab mich in dem Moment, wo Felix äh... auf mich geguckt hätte. Wisst ihr, wo ich den Prop finde? Ich hab den Tisch verwandeln sollen. Ich hasse diese Map. Ich bin schwer Marsch. Egal, ich mach jetzt mal das dümmste, was gibt's. Taunten. Oh, das ist Lois. Hi. Hi. Voll scheiße, wa? Fuck! Vor allen Dingen, weil ich immer noch nicht den Platz gefunden hab, wo ich hin will. Warum kann ich schauen? Nö, nö. Das ist nicht gut von dir. Warum kann ich schauen? Ah, da! Ein Stuhl! Das ist ja sowas. Da hat die schon wieder eine Granate geworfen. Alter, wir alle gleich mit Granaten brauchen. Weißt, ihr habt auch Munition und so, ne? Ja, mein erstes war total ausrasten. Ja, klar. Standard. Kubi-Sonde. So, der... Nico, guck mal. Ist das okay oder ist das zu dumm? Jungs, ich bin überfordert. Ich hab grad was an mir vorbeifliegen sehen. Ich weiß nicht genau, um wen es sich handelt deswegen. Nico, ist das okay oder ist das dumm? Ich weiß nicht genau, wo du bist, weil bei mir... Ich bin der Ding in dem Ding. Keine Lust mehr! Also, ich glaub, ich hab nen guten Spot genommen. Oder, Nico? Ja, der ist, der ist schön. Ah, shit!